Musik Wenn ich mir meinen Traumurlaub vorstelle, dann würde ich sagen, jeden Tag sechs Stunden Orchesterproben und dann ans Strand. Ich liebe nicht nur das Instrument, ich liebe natürlich meinen Verein. Man wird integriert, wenn man integriert werden möchte. Ich sehe es gleich hier, das ist der Philipp, setz dich daneben, spiel mit und seitdem sitze ich da im Prinzip. Das ist die Zeit deines Lebens eigentlich. Es ist immer so ein ganz schönes Ankommen, wenn die Woche super anstrengend war, Freitagabend mit miesem Laune vielleicht auch hierher kommen und dann nach 20 Minuten, es ist dann schon alles gegessen, weil man einfach unter Freunden ist. Und das zeichnet auch diesen Verein aus, dass wir nicht nur Musiker sind, die sich freitags hier treffen, sondern wir sind Freunde. Das ist auch Verein, neben dem Musik machen, auch Veranstaltungen organisieren, durchführen. Wir können ja meistens in der Stadt Meindal besuchen, heute Abend das Konzert unserer Freunde. Musik Es ist ja ganz wichtig, dass man nicht hier rausgeht und sagt, Tschüss, mach's gut, sondern dass man noch einen Moment zusammen ist, wo sich jung und alt begegnen können. Musik Die Alten bleiben jung und die Jungen gewinnen auch von uns. Musik Die Alten bleiben jung und die Jungen gewinnen auch von uns Älteren etwas. Und deshalb liebe ich und lieben wir alle das Blasorchester Wachenbogen. Musik Musik ... ... ... ... ... ... Eins, zwei, drei, vier! Eins, zwei! Eins, zwei, drei, vier! Prost!